Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Ali der Bastler. Der liebe Daniel, der hat mir aus meiner Amazon Wunschliste diesen Leatherman zugeschickt und ich finde das Teil wirklich sehr sehr schön, allerdings fehlt mir da was und zwar eine schöne Lederhülle, eine Ledertasche. Das werde ich mir aus diesem Stück Leder fertigen, Werkzeug haben wir auch da, also würde ich sagen, legen wir los. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.